Mein Name ist Martin Rahn, ich bin 57 Jahre jung und seit 15 Jahren Firmenkundenberater bei der Volksbank Pforzheim. Genauso lange komme ich jetzt hier in das Haus der Firma Korthum Nordschwarzwald. Mein Name ist Uwe Schöntaler, ich bin Geschäftsführer der Korthum Nordschwarzwald. Wir sind Hersteller von Rindenmulch und Blumenerde. Mein Name ist Nick Burkhardt, ich bin Mitglied in der Geschäftsleitung hier der Korthum Erdenwerke. Die Idee Banker im Blaumann finde ich wunderbar, weil hier kann ein Praxisbezug hergestellt werden. Man müsste vielleicht sogar überlegen, bei uns in der Branche Banker im grünen Oberall, das wäre vielleicht ein praxisbezogener. Heute hier zu sein bringt mir für meine tägliche Arbeit sehr viel. Am meisten heute hat mir gefallen, diese große Maschine, diesen Radlader zu bewegen. Ja, der Herr Rahn hat seine Aufgaben heute hier im Erdenwerk meisterhaft absolviert und erledigt. Eine gute Bank macht für mich aus, das partnerschaftliche und vertrauenvolle Verhältnis zum Firmenkundenberater. Und auch wenn Probleme da sind, dass relativ kurzfristig und schnell reagiert wird. Am Banker sein bei der Volksbank Pforzheim gefällt mir am meisten der menschliche Kontakt zu meinem Kunden. Insbesondere, dass man gemeinsam und partnerschaftlich Firmen begleiten kann, hinsichtlich Investitionen, Wachstumsfinanzierungen und dergleichen. Vielen Dank.